Wir machen weiter mit dem zweiten Teil der Vorschau zur Anime-Frühlings-Season. Solltet ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben, dann klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Oder komm, ich packe es euch auch noch in die Kommentare. Aber los geht's. Und der zweite Teil startet ganz klassisch mit einem Videospiel, Isekai namens übersetzt. Skelettritter in einer anderen Welt. Was passiert also? Ein Spieler reinkarniert im besagten Videospiel und zwar als Skelett. Mit Hilfe einer Elfin muss er sich nun in der neuen Welt zurechtfinden. Heroin Tarumono scheint eine Mischung aus School Slides of Life und Idol-Geschichte zu werden. Dabei dreht sich die Geschichte um Hiyori, welche nach Tokio zieht, um ihrer Leidenschaft des Leichtathletics nachzugehen. Dort trifft sie auf ihre neuen Klassenkameraden, welche Teil der Idol-Gruppe LibXLib sind. Dieses LibXLib gibt es übrigens tatsächlich, wobei es sich um eine virtuelle Idol-Gruppe handelt. Also irgendwie so ein halber Werbeanime oder Fan-Anime. Der Comedy-Anime-Komi-Kan-Communicate geht diese Season weiter mit einer zweiten Staffel. Ich habe zu Staffel Nummer 1 schon eine Review gemacht, packe ich euch auch mal in die Videobeschreibung. Aber kurzum. Ein übertriebener Comedy-Anime rund um die Schülerin Komi, welche an sozialen Ängsten leidet. Werde ich definitiv weiter schauen. Wir gehen einen Tag weiter zum 8. April und der Fortsetzung des Langzeit-Agea-Folges Stayed Alive. Mittlerweile die vierte Staffel, in der leicht bekleidete Mecha-Mädchen die Welt retten müssen. Und der Protagonist erweitert seinen Harem. Wie der englische Titel Love After World Domination schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um eine Rom-Com. So haben wir auf der einen Seite den Held, welcher Frieden bringen möchte. Und auf der anderen die Anführung einer Geheimorganisation mit dem Ziel, die Welt zu erobern. Beide verlieben sich ineinander, müssen dies jedoch geheim halten. Hört sich irgendwie so nach einer japanischen Variante von Romeo und Julia an. Der zweite Anime von Chasey's Death diese Season ist die Fortsetzung von Machikaru Masuko. In dem Comedy Slash of Life erwecken ein Mädchen plötzlich Dämonenkräfte und sie bekommt die Aufgabe, ein Magical Girl zu besiegen. Der größere Endgegner im Moment sind aber ihre monatlichen Mietskosten. Eine Late-Novel-Adaption mit einem verhältnismäßig kurzen Titel ist Mahutsukai de Meiki. So gibt es hier in der Welt nach 500 Jahren Krieg zwischen Kirche und Hexen endlich Frieden. Eine dieser Hexen ist die Schülerin Seibi, welche auf die Mission geschickt wird, eine Anti-Hexen-Fraktion ausfindig zu machen. Der Schulleiter heißt übrigens Albus. Wenn das mal kein Zufall ist. Da wir noch nicht genug Sport diese Season hatten, gibt es auch nur mit Ao Ashi ein Fußball-Anime, der jetzt nicht besonders aussieht. Nachdem Studio Mappa zuletzt Attack on Titan gemacht hatte, kommt jetzt mit Dance Dance Dancer etwas komplett anderes. Nämlich ein Drama, in dem ein Junge das Balletttanzen unglaublich gerne hat. Durch einen Zwischenfall möchte er jedoch nichts mehr damit zu tun haben und sich darauf konzentrieren, der, Zitat, Inbegriff von Männlichkeit zu werden. Man kann sich schon irgendwie denken, wie der Zwischenfall aussah. Und ich finde diesen Zeichenstil unglaublich hässlich. Diese großen Augen und diese, naja, diese Linie dazwischen drin. Der unglaublich beliebte Karu Yosama oder Love is War bekommt innerhalb von vier Jahren schon seine dritte Staffel. Der Titel der neuen Staffel hat er beides Anhängsel Ultra Romantic. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Spikes Family seine eigene Anime-Adaption bekommt. Der Manga hat schließlich mehrfach die Liste der meistverkauften Manga in Japan angeführt. Das Ganze ist eine Comedy-Action-Geschichte, in der ein Spiel mit einer Attentäterin zur Tarnung eine Familie gründet und auch noch eine Tochter mit übernatürlichen Kräften adoptiert. Mit der Zeit wird es dann aber mehr als nur eine Tarnung. Wollte ich schon immer lesen, bin aber irgendwie nie dazu gekommen. Aber wie das so ist, wenn man lange genug wartet, wird irgendwann alles zu einem Anime adaptiert. Einen Tag weit am 10. April startet die Rom-Com Kawaii Dage-chanai Shikimori-san. Dabei ist die Tirokime Shikimori die fröhliche, immer nette Freundin von Protagonist Izumi. Doch steckt die Izumi-man in Schwierigkeiten, verwandelt sie Shikimori zu seinem Schutz schnell in eine kalte, sehr ernste Person. Ich weiß nicht, irgendwie sieht es ziemlich cute aus. Kingdom Staffel IV. Und kaum wahrscheinlich noch weitere. Kunuhida Mendukusai bedeutet übersetzt so viel wie Diese Heilerin ist lästig. Diese Heilerin ist dabei die Dunkel-Elfin Kala, welche die ganze Zeit ihrem Gruppenmitglied, einem Krieger, auf die Nerven geht. Cute Girls Do Cute Ninja Things So leben hier Kunoichi, also weibliche Ninja, abgeschottet in einem kleinen Dorf und müssen einer Regel folgen. Kein Kontakt zu Männern. Doch wie die Natur des Zuviel interessiert sich die junge Subaki doch immer mehr für das andere Geschlecht. Und Suki ist besser bekannt als Ascendance of a Bookworm. Ein Isekai, der im 12. April in die dritte Staffel geht. Ich muss zugeben, noch nicht mal die erste Staffel gesehen zu haben, auch wenn ich wirklich viel Gutes dazu schon hörte. Vielleicht irgendwann mal. Und auch der originalen Mecha-Q Kaisenki geht weiter. In dieser alternativen Welt wurde Japan erobert und die Bevölkerung wird unterdrückt. Der Protagonist ist dabei ein Widerstandskämpfer, der mit selbstgebauten Robotern für die Freiheit Japans kämpft. Summertime Render in der Frühlingsseason Naja, bei der Adaption des Manga handelt es sich um eine Mystery-Geschichte, denn als Shinpei zurück auf seine Heimatinsel ist, merkte, dass alles sich verändert hat. Die Gesichter wirken fremd, es gehen wie ihre Gerüchte um und seine Stiefschwester kam auch mysteriöse Weise ums Leben. Plötzlich soll es dann auch noch Doppelgänger geben. Hat mein Interesse, um ehrlich zu sein, geweckt, aber das hatte auch damals schon Majoriga und einige wissen, wie das ausgegangen ist. Und der letzte Anime für diese Season ist Kagono Inazuka, eine Romance-Comedy-Geschichte, die auf vielen Zufällen basiert. Nämlich, Achtung, so haben wir Nagi, der bei seiner Geburt vertauscht wurde und nun nach 16 Jahren endlich seine leiblichen Eltern besuchen will. Auf dem Weg dahin begegnet er einem sehr vorlauten Mädchen namens Erika, die, um einer Verlobung zu entgehen, Nagis Fake-Freundin werden möchte. Aber, wie jetzt kommt, Erika ist das Kind von Nagis leiblichen Eltern und Nagi Erikas Verlobter, da die Eltern durch eine Heirat ihrer Familie wieder zusammenbringen möchten. Alles verstanden? Ja, leicht verwirrend, ne? Und das war die Frühlingsseason für dieses Jahr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es waren zumindest ein paar Anime dabei, in die ihr reinschauen möchtet. Bei mir war es auf jeden Fall Spikes Family. Der Romance-Anime sah ganz cute aus. Der Mystery jetzt hat mich auch ziemlich interessiert. Mal schauen, vielleicht mache ich auch die ein oder andere Review zu einem Anime, den ich schaue. Aus letzter Season muss ich auch noch zwei, drei nachholen. Zeit, wo bist du? Aber, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.